hallo schön dass ihr wieder eingeschaltet habt ich persönlich ich habe meine allerersten gold unzen vor grob zehn jahren bei ungefähr 1000 euro die unze oder das stück erworben aber mir sind auch einige anleger bekannt die noch bei einigen wenigen 100 euro die unze eingestiegen sind und ein mir bekannter ehemaliger unternehmensberater von einer der sogenannten big five der hat seinerzeit geschäftsführern sogar explizit empfohlen 250 gramm goldbarren in den safe zu legen in den tresor ja mit der bemerkung dass man banken und dem staat nicht trauen kann jedenfalls werde ich im folgenden einmal genauer ausführen warum ich physisches gold für die allerbeste form der wertanlage halte und wenn ihr meine unabhängige arbeit hier auf youtube unterstützen möchte dann abonniert jetzt völlig kostenlos diesen youtube kanal und aktiviert die glocke aber kommen wir zur sache ja in deutschland haben wir noch das große privileg das anlagegold steuerfrei ist man kann also goldbarren mit mindestens 995 tausendstel feingehalt und die meisten goldmünzen mit mindestens 900 tausendstel feingehalt ohne mehrwertsteuer erwerben jeweils ja und man kann sie dann auch nach einem jahr haltedauer auch wieder völlig steuerfrei verkaufen die goldbarren und goldmünzen und genau das ist der große vorteil gegenüber beispielsweise aktien oder einer der großen vorteile denn spätestens dann wenn man seine aktien anteile irgendwann verkauft wird mit kapitalertragssteuer respektive abgeltungssteuer zuzüglich solidaritätszuschlag und gegebenenfalls kirchensteuer so hart zugeschlagen ja dass eine auf dem papier ansehnliche rendite so zusammenschrumpft dass am ende sogar oft nicht einmal die inflation ausgeglichen wird und wenn wir dann einmal weiter denken und auch noch vermögensteuern antizipieren dann macht der traditionelle vermögensaufbau an den kapitalmärkten langfristig keinen sinn mehr zumindest meines erachtens ja und im allgemeinen machen dann auch solche vermögenswerte keinen sinn mehr die für den staat in irgendeiner weise greifbar sind oder aber von denen er kenntnis hat in bezug auf edelmetalle kann man zwar auch zukünftig eine edelmetallsteuer und oder eine kapitalertragssteuer erwarten ja dass so etwas eingeführt wird so wie es jetzt schon unter anderem in frankreich italien und irland der fall ist aber der punkt ist solange man nicht verkauft so lange sind diese vermögenswerte nicht greifbar und damit sicher vorausgesetzt natürlich man hat seine edelmetalle anonym erworben oder auch seine anlage diamanten was aktuell in deutschland jetzt in bezug auf die edelmetalle gemünzt im wahrsten sinne ja noch bis zu 2000 euro möglich ist und was man meines erachtens vor allem in bezug auf gold auch ausnutzen sollte denn man bekommt ja jetzt schon keine ganze unze gold mehr anonym und in absehbarer zeit dann auch nicht einmal mehr eine halbe unze wenn nämlich der goldpreis mittelfristig in richtung 4000 euro geht ausgehend von durchschnittlich neun prozent preissteigerung pro jahr sollte das in rund sieben jahren der fall sein ja spätestens aber noch einmal wer auf hohe renditen setzt der unterschätzt die vom sozialismus geschwängerte europapolitik und der darf im extremfall sogar mit entschädigungsloser enteignung rechnen wenn wir die ausmaße von geopolitischen konflikten weiterdenken die pläne liegen jedenfalls schon längst in der schublade wenn es heißt dass zypern 2013 dass das die blaupause für euro krisen im allgemeinen ist ja einen entsprechenden videobeitrag zu dieser thematik ausführlich den findet ihr hier oben verlinkt ja einen entsprechenden ja habe ich gerade gesagt so hier das böse erwachen hier geht es weiter das böse erwachen sollte dann jedenfalls vor allem ja für die ganzen etf sparplan enthusiasten kommen denen nach paragraf 47 des kreditwesengesetzes nämlich der verkauf ihrer anteile verboten werden kann denn ja dann ist nichts mehr mit frugalismus dann wird wieder hart geknechtet und zwar härter als jemals zuvor ja aber das alles gesagt das ist nur meine meinung und keine empfehlung egal welche art aber schreibt an dieser stelle auch gerne einmal eure gedanken zu dem ganzen in einem kommentar unter dieses video einstweilen alles wesentliche dazu wie man sich jetzt vermögensmäßig aufstellen sollte das erfahrt ihr ausführlich und leicht verständlich in meinem buch das abenteuer edelmetalle und wenn ihr allgemein noch mehr videos von mir sehen und ihr meine unabhängige arbeit hier auf youtube unterstützen möchtet dann abonniert jetzt wie gesagt völlig kostenlos aber nicht umsonst diesen youtube kanal und falls ihr es bis hierher noch nicht getan habt dann lasst jetzt gerne einen daumen nach oben da und in jedem fall sehen wir uns dann sehr gerne im nächsten video wieder ich wünsche euch alles erdenklich gute habt eine tolle zeit auf bald